Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und jetzt seht ihr erstmal mein neues Intro von BandoranFX Wie ihr es gerade schon sehen konntet, habe ich ein neues Intro von BandoranFX bekommen Grüß gehen auf jeden Fall raus an dich BandoranFX, Dankeschön Ich habe übrigens auch noch einen Banner von Daniel aka Wym Ihr findet den Link zu Wym und BandoranFX in der Infobox Ich wollte auch ein paar Leute noch in diesem Video erwähnen Zum einen wird der Livezucker, der immer fantastische Streams macht auf YouTube Er streamt meistens Minecraft und hilft kleineren YouTubern sich zu verbessern oder dass kleine YouTuber Aufmerksamkeit bekommen von anderen Zuschauern Ein Link zu Livezucker ist natürlich auch in der Infobox verlinkt Übrigens, wenn du noch nicht abonniert, dann abonniert doch gerne mal den Channel Denn ich stehe kurz vor den 400 Abos und mir fehlen noch ungefähr 20 Wie ihr vielleicht auch merkt, schneide ich im Video mehr heute Jetzt versuchen wir nochmal ein paar Gegner zu töten Jetzt haben wir schon ein geiles Equip Und einen Bogenweger So, da haben wir den Gegner schon mal getroffen Eine Angel haben wir auch, nice Unser Gegner rennt gerade weg So, jetzt werden wir verfolgt Nice, den haben wir dann auch Es sind nur noch 3 Spieler Da vorne sind die Gegner Und die Team einfach Okay Und gegen so ein lächerliches Team kannst du natürlich auch nichts machen Wie gesagt, die ganzen Leute sind nur in der Beschreibung verlinkt Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch eine große Wertung da Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Ciao So